Hallo und herzlich willkommen zur nägelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen diesmal drei Filme, die es in sich haben. Dabei ist unter anderem Die wütenden Les Miserables, ein Film, der quasi der französische Beitrag zu den Oscars ist und da auch eine Nominierung bekommen hat für die Kategorie bester ausländischer Film oder fremdsprachiger Film heißt es, glaube ich, viel eher. Das ist ein Film, den haben Christopher und Max besprochen und der kommt jetzt hier ein bisschen nach Kinostart. Wir haben die Pressverführung nicht wahrnehmen können, aber wie es halt eben so ist, gucken wir hin und wieder auch mal einen Film privat. Das haben die beiden Jungs gemacht und wollten unbedingt drüber sprechen. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum neuesten One-Piece-Film, One-Piece Stampede. Und das ist ein Film, der ist besprochen worden von Mike und Torben. Die beiden sind durch und durch One-Piece-Fans und wollten den Film unbedingt sehen. Das haben sie getan und für euch besprochen. Ich sage euch, das ist ein Traum. Im Anschluss gibt es dann noch ein Anime, den wir besprochen haben, nämlich den Film Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Das ist wohl der Film zu einer Serie, die auf Netflix zu finden ist, die ich überhaupt nicht kannte. Aber glücklicherweise hatten wir drei Kolleginnen bzw. Kollegen, die da Bock drauf hatten, nämlich Christine, Steven und Till. Und Christine ist wirklich auch Fan des Genres sowieso und kannte eben auch die Serie. Und das war total praktisch, weil die beiden Jungs da jetzt nicht so den Plan von der Serie hatten. Und sie konnte so ein paar Wissenslücken auffüllen und hat dann zusammen mit den Jungs eine verdammt interessante Besprechung abgeliefert. Freut euch drauf. Ich freue mich indessen auf euer Feedback. Das könnt ihr gerne hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload. Das wäre total knorkert, denn Feedback hilft uns zu wissen, was ihr von dem Spaß hier haltet. Habt ihr die Filme gesehen? Werdet ihr sie sehen? Freut ihr euch drauf oder etwa nicht? Das wollen wir von euch wissen. Und bitte ballert das mal eben auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload in die Kommentare. Gerne auch beim Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr uns bewertet. Unter anderem auf Apple Podcast kann man das tun. Auf podcast.de, auf FIT, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattformen. Bitte, bitte tut das. Das wäre nämlich total nett. Ne, wissen Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen. Halt. War nicht wütend genug. Herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch zu Die Wütenden. Wir sind heute sehr wütend, denn wir sind nur zu zweit. Christoph und ich. Äh, Christoph, sag ich schon. Oh Gott, Entschuldigung, Christopher. Ich hab dich Christoph genannt. Jetzt bin ich extra wütend. Du solltest sein. Ja, wir besprechen heute Le Miserable, Die Wütenden. Die französische, äh, Oscar-Hoffnung in diesem Jahr wurde ja ins Rennen geschickt und jetzt auch, ja, ist bei den fünf Besten dabei. Regie führte Latsch, Lü, spricht man den Latsch aus? D, J, ich hoffe. Ich auch, ja. Er könnte auch Ladili heißen. Ich weiß nicht, ich hab den Namen noch nie gehört. Klingt auch nicht sehr französisch, ehrlich gesagt. Ja, es ist ein, äh, wie sagt man, mit, äh, afrikanischen Wurzeln, glaube ich. Oh, das passt. Ja. Und Schauspieler sind Damien, 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 Bonnard, Alexis, Manetti, Jepril, Songa, Issa, Perica, Alhasa, Lü und Steve, Tien, Tscheu. Kinostart war schon am 23.01. und, ähm, er dauert 103 Minuten. Ja, kommen aus Frankreich, ist, wie schon gesagt, Oscar-nominiert und zur Handlung kannst du uns da jetzt ein bisschen was sagen. 2005 schließt sich Stéphane der Antikriminalitätsbrigade von Montfemel im 93. Pariser Bezirk an. Chris und Guada werden ihnen zur Seite gestellt. Doch im Rahmen der Unruhen in den Vororten von Paris ist der Neuling gezwungen, schnell zu lernen, dass es große Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen seines Einsatzgebietes gibt. Als die drei Kollegen probieren, eine Verhaftung durchzuführen, werden sie überrannt. Das ist so die Rahmenhandlung, ganz grob. Was das hier in erster Linie sein sollte, so kam es mir nach ungefähr zehn Minuten vor, als ich gemerkt habe, gut, das hier ist das Tempo, das angeschlagen wird, das hier ist der Schwerpunkt, der gesetzt wird. Es ist eine Mischung aus irgendwo Cop-Thriller und Milieustudie, wobei die Milieustudie doch mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Also die eigentliche Story, die hier stattfindet, ist eigentlich nur ein roter Faden, aber es geht die ganze Zeit nur darum zu zeigen, wie leben hier diese Menschen Tag für Tag. Und wie grauenhaft und schrecklich und hoffnungslos ist das eigentlich hier? Und dass sich das in diesen Vororten hier von Paris, wo halt hier die gesellschaftlich abgeschlagenen leben, manchmal gar nicht so sehr unterscheidet von weitaus schlimmeren Orten, wie zum Beispiel den Favelas in Rio de Janeiro. Im Vorfeld hat die Presse ja sehr häufig Vergleiche gezogen zu etwas City of God und ich fand, die waren schon angebracht. Ja, also ich meine, die Bildsprache ist ja relativ ähnlich bei City of God. Soweit ich mich erinnern kann, ist die Kamera da auch immer ganz nah an den Figuren und du hast ein Pacing, das mehr oder weniger atemlos macht. Also mir kam es im Kinosaal streckenweise auch so vor, als würde irgendjemand auf meinem Brustkorb sitzen, weil es einfach so ein ganz gedrungenes Gefühl ist. Du bist da mit der Kamera auch oft durch so Bazaare durch oder enge Hausgänge von Plattenbauten und es war keine wirklich angenehme Stimmung, um irgendwie mal runterzukommen oder mal durchzuschnaufen. Das ging nicht. Hat für mich auch viel von so einer True Crime Dokumentation streckenweise auch gehabt. Du hast ja auch keine nachbearbeiteten Farben oder irgendwas. Wirkt alles sehr natürlich und eigentlich alles sehr fokussiert auf den Punkt hin. Und ja, das war so mein erster Eindruck, den ich hatte. Ja, ich finde tatsächlich, er hätte hier und da noch ein bisschen straffer erzählt werden können. Aber da kommt halt wieder der Punkt Milieustudie hinzu. Man will sich Zeit nehmen, um zu zeigen, wer sind diese Menschen und wie ist ihr Alltag. Nur ich fand gerade zum Anfang hin, die Handlung hätte ein bisschen schneller einsetzen können. Du hast halt die Einführung dieses jungen Polizisten, der halt noch sehr idealistisch ist und der dann diese beiden Partner bekommt, die ja nun mal völlig zynisch, man kann es nicht anders sagen, abgefuckt mit der ganzen Situation umgehen. Und dann kommt es ja zu folgendem Zwischenfall. Der Zirkus ist in der Stadt und ein Junge aus dieser Siedlung stiehlt ein Löwenbaby. Und die Zirkusleute kommen dahin, machen eine Menge Ärger und wollen ihr Löwenjunges wieder haben. Und dann, als die Polizisten tatsächlich auch den Jungen mit dem Löwenbaby aufspüren, kommt es ja dann zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Und das wird von einem anderen Jungen mit der Drohne gefilmt. Und ich finde eigentlich, dieser ganze Plot, der ist spannend und interessant und fungiert auch gleichzeitig als Milieustudie, aber der hätte ein bisschen früher einsetzen können. Ich wollte es gerade sagen, da sind wir jetzt schon fast, glaube ich, also ich habe nicht mitgestoppt, aber 40 Minuten waren wir da wahrscheinlich schon drin im Film, als das erst passierte. Was ja dann der, wie nennt man, der Eisbrecher sozusagen sein sollte. Genau, das war so, klar, du brauchst am Anfang ein bisschen Einführungszeit, aber ich, obwohl der Film noch nicht mal eine Überlänge hat, fand ich den Anfang sehr, sehr tragend und fast sogar schleppend. Ich fand es streckenweise auch unnötig in die Länge gezogen. Also, als ob man dem Zuschauer nochmal extra dick aufs Brot schmieren musste, wie das jetzt aussieht. Die sind ja dann auch auf jeden, ich glaube, auf jeden einzelnen Clan, der da drin irgendwas zu sagen hatte, eingegangen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man das als Zuschauer überhaupt gebraucht hätte. Also, die Hälfte der Zeit, um das Setup zu machen, hätte für mich vollkommen gereicht. Ja, subtil kann man den Film wirklich nicht nennen. Denn in gewisser Art und Weise hast du ein Szenario im ersten Drittel, das sich ständig wiederholt. Die drei Polizisten fahren rum, kommen dann irgendwie in Berührung mit Leuten, die da leben. Und dann wird sich gegenseitig angepöbelt und die Polizisten zeigen hier klar die Machtverhältnisse auf und dann fahren sie weiter. Und der neue junge Idealist kritisiert die dann dafür und die anderen beiden sagen, nein, 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 so läuft das hier. Nur so kannst du hier überleben. Und du hast diese Situation am Anfang wirklich ein, zwei, drei, vier Mal, glaube ich. Ja, mir war das am, also so nach 10, 15 Minuten hat man dann schon gemerkt, okay, die Figuren, die fangen jetzt doch an, sehr generisch zu wirken. Also sehr, wenn man mich vorher gefragt hätte, wie glaubst du, würden die Polizisten sich verhalten? Also ich hätte wahrscheinlich in neun von zehn Fällen drauf getippt, dass die genauso reagieren und genau solche Charaktere sind. Fühlen sich halt ein bisschen auf, immer so an der Schwelle zum Unerlaubten sozusagen. Und wie du schon sagtest, immer sehr pöbelnd auch dem Volk gegenüber, das sie ja eigentlich mehr oder weniger beschützen sollen. Und ich fand es dann doch sehr klischeebelastet, sehr generisch, die Geschichte an sich dann auch mit diesem, da kommt ein Neuer hinzu. Und die zwei alten Hasen wollen ihm erstmal diesen Idealismus austreiben. Ich meine, ja, dann immer viele dumme Sprüche, um sich gegenseitig ein bisschen anzufrotzeln. Also, ja, da kriegt von mir keine volle Punktzahl zumindest der Teil. Ja, man kann es nicht anders sagen, ab einem gewissen Punkt, auch wenn es so unglaublich realistisch war und so nah an der Realität in jeglicher Hinsicht, ab einem gewissen Punkt ging es einem echt ein bisschen auf die Nerven. Ja, das trifft es ganz gut. Und du konntest wirklich sagen, ja, ich habe jetzt verstanden, so sind diese Typen eben. Aber nach wie vor handelt es sich hier nicht um eine Dokumentation, sondern um einen Spielfilm. Und da musst du schon eine Narrative abliefern, die halt nicht zu viel oder zu wenig Fett auf den Rippen hat. Und eben dann auch dich gut und fließend durch die Handlung führt. Und da war einfach ein bisschen zu viel von und dann zeige ich euch noch die Facette dieses Hochhausbaus und diese Facette. Wobei man sagen muss, obwohl das so ausschweifend war, finde ich nicht, dass es hier überflüssige Charaktere gibt. Also wenn dann wirklich der eigentliche Plot ins Rennen kommt, um dieses Löwenbaby, das gesucht wird, dann finde ich eigentlich, dass alle Beteiligten, die damit irgendwie was zu tun hatten, Leute, die den Jungen schützen wollen, Leute, die den Jungen verraten wollen, Leute, die den Jungen suchen. Das blieb alles relativ überschaubar und es wurde nicht irgendwie die komplette Siedlung in diese Geschichte eingeweiht. Das wäre wirklich ein fataler Fehler gewesen. Ja, also da gebe ich dazu 100 Prozent recht. Also die Charaktere waren einfach nicht überflüssig und auch die, man hat ja dann auch, wenn man aufs Ende dann zusteuert, gemerkt, dass es auch wichtig war, die, diese verschiedenen, ja, Clan-Strukturen oder Banden oder wie man sie auch immer nennen will, dass die sich auch untereinander in diesem Ghetto nicht sehr einig sind. Weißt du? Also die Charaktere waren von den Muslimbrüdern, die ja dann viel mit diesem religiösen Hintergrund versuchen, die ihre Schäfchen zusammenzuhalten, nennen wir es mal so. Und du hast dann auch den Bürgermeister, ist der eigentlich wirklich Bürgermeister? Nee, der ist der selbsternannte Bürgermeister, glaube ich. Auf den Charakter wollte ich gerade zu sprechen kommen, ja. Da können wir ja dann gleich mit dem weitermachen. Der hat ja dann mehr oder weniger da auch so eine Vorherrschaft über die, ja, keine Ahnung, Bazarstruktur oder sagen wir mal die Wirtschaftsstruktur, ich nenne es jetzt einfach mal so, Import-Export im Ghetto. Da scheint ja der Chef davon zu sein und dann gibt es dann noch so ein paar komische Charaktere. Jetzt weiß ich gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Es ist jedenfalls sehr interessant, wie der Film Menschen zeigt, die eigentlich in der Art und Weise, wie sie leben, vollkommen machtlos sind, aber eigentlich verschiedene Möglichkeiten ergreifen, um irgendwie an ein kleines bisschen Macht zu gelangen oder sich zumindest einzureden, sie hätten welche. Und am allerpassend dafür ist da eben dieser Charakter, der von allen nur Bürgermeister genannt wird, der ja quasi so einen gewissen Draht zu diesen Polizisten hat. Also er ist praktisch so ihr Spitzel, ihr Spürhund, der so der inoffizielle Vertreter des Staates in diesem ganzen unorganisierten Haufen. Der Staat im Staat. Genau. Die Polizisten kommen ja dann immer zu ihm und er sagt ihnen auch immer alles und er sagt, ja, ja, ich halte den Laden sauber, obwohl er eigentlich überhaupt keinerlei Autorität besitzt, aber weil die Polizisten halt ihn so behandeln, kann er glauben, er hätte das. Und dabei hat er eigentlich in keinster Weise mehr Rechte oder mehr zu sagen als alle anderen Leute, die da leben. Aber da trifft der Film wirklich direkt ins Schwarze, die Machtstrukturen, die sich da aufbäumen, zwischen Leuten, die mit Gewalt regieren, Leute, die regieren, indem sie sagen, ja, ich treibe hier Handel und ich halte hier alles zusammen. Und Leuten, die halt einfach sich, man kann es nicht anders sagen, in die Religion flüchten, um diesen Alltag irgendwie erträglich zu machen. Du hast ja dann da diesen einen sehr, sehr gläubigen Mann, der da irgendwie so eine Imbissbude führt. Genau. Der, der ja dann komplett der Gewalt abschwört und das ist halt, kommt halt nicht von ungefähr, dass du solche Leute in solchen Kreisen immer wieder findest, die halt nur so dieses Leben da irgendwie erträglich machen können. Ja, der am Ende dann aber auch als, keine Ahnung, er und der idealistische Kopf wirken ja dann irgendwie wie die zwei einzig Vernünftigen. Die handeln ja dann auch mehr oder weniger aus, dass dem Drohnenkind nichts passiert. Aber da hast du dann diese zwei Seiten wirklich ganz gut. Auf der einen Seite eben der Idealist, der meint, jetzt kehren wir es mal unter den Teppich und dann lassen wir es gut sein und niemandem passiert etwas und das ist dann auch gut so. Aber mit der Warnung von dem, wie hieß er eigentlich, Salah, glaube ich. Ja, so hat er sich genannt. Ja, da wird schon noch was auf euch zukommen und das ist ja dann im letzten Akt des Films der Fall und den fand ich dann schon echt sehr gut, weil mich dann überrascht hat, dass auf einmal die Jugend so aufsteht sozusagen und sich da dagegen wehrt, gegen alle, gegen wirklich alle. Und dass die Jugend sich auch dann da ein Dreck schert um die äußeren Einflüsse, weder die Religion noch die Leute, die da irgendwie wirtschaftlich besser gestellt sind in diesem kleinen Mikrokosmos als die anderen. Kein einziger vermag es irgendwie die zu bremsen oder auf ihre Seite zu ziehen. Einer von denen fühlt sich ungerecht behandelt und der sagt, wir schlagen jetzt zurück. Und das ist das Interessante, wenn der Film auch an sich als Thriller, als filmische Narrative in meinen Augen nicht gut funktioniert, aber als diese Milieustudie ist er wirklich einwandfrei. Dass er halt, das zeigt, diese Frustration, die entlädt sich irgendwann und da ist es egal, wenn neben dir steht und sagt, hey, probier doch mal dies aus, probier doch mal jenes aus. Gewalt erzeugt gegen Gewalt und das ist so und das wird immer so bleiben. Da gibt es einfach so diese rohen Regeln der menschlichen Natur, die halt immer eingehalten werden. Und er schafft dann einfach ein tolles, also was heißt toll, haha, ist das falsche Wort, ein gutes Gefühl für, ich finde, für diese Wut, die der junge Isa, der, das ist der, ähm. Der das Löwenbaby, genau, der das Löwenbaby geklaut hat, der ja mehr oder weniger zwischen, also komplett in die Mühlen der Clans und der Polizei kam. Also ich, der wurde ja eher niedrig bis zum Gehtnichtmehr und ist dann mehr oder weniger wie so ein, keine Ahnung, ähm, eine Greta Thunberg-Version. Steht da und führt seine Jungs irgendwie an und du kannst es auch in seinem Blick total, äh, feststellen, dass bei ihm einfach das Fass übergelaufen ist. Ihm und seinen Gefolgsleuten, wenn man die so nennen kann und ich finde, dieses Gefühl vermittelt der Film einfach 1A. Also da, da bin ich dann auch da gesessen und hab mir gedacht, okay, das ist so klar, eigentlich ist das die logischste Konsequenz, die jetzt passieren kann und ich hab's einfach auch in der Erzählung nicht kommen sehen, dass es so weit kommen könnte. Ja, der, der absolut stärkste Moment, was das betrifft, ist noch nicht mal irgendwie die eskalierende Gewalt, die ist natürlich stark und die, die wird auch drastisch und realistisch in Szene gesetzt. Aber der Moment, der die ganze Tragik dieser Existenz fasst, ist der Moment für mich in der Mitte, wenn einfach dann die Schicht zu Ende ist und alle drei Polizisten gehen nach Hause und du hast kurz ihren Alltag zu Hause und dann am nächsten Tag fahren sie wieder dahin. Und dir wird halt einfach klar, all diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind, das ist einfach nur ein gewöhnlicher Tag von vielen an diesem Ort und jeden Tag immer und immer wieder das Gleiche. Und dieser Schrecken, der zur Alltagsroutine wird, das ist das wirklich Zermürbende daran, dass einfach diese Leute stehen morgens auf und schon passiert wieder sowas und wieder und wieder und wieder. Das erinnerte mich ein bisschen an das Ende von Training Day, wenn du ja einfach nur siehst, wie Ethan Hawke am Ende dann nach Hause kommt, schaltet den Motor ab und geht dann eben rein zu seiner Frau. Und obwohl er gerade den schlimmsten Tag seines Lebens erlebt hat, am nächsten Tag könnte es eigentlich wieder so werden. Ja gut, das ist die Stärke des Films. Also anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ja, wir können auch langsam zur Punktebewertung kommen, denke ich. Punktebewertung. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit der Einstufung meiner Punkte. Und ich würde ihm drei von fünf geben, denn also dieses Schleppende, er hat ein saustarkes Ende, das ist eben das Problem. Ja, genau. Das ist immer so ein Ding, wenn da so ein Film im Anfang und der Mitte seine deutlichen Schwächen hat und du denkst dir, naja, aber dann kommt so ein Ende, das so richtig auf den Punkt ist und du denkst dir, ja, jetzt bin ich aber zwiegespalten, was das Gesamtpaket angeht. Es ist einfach vom Bauchgefühl her, es ist für mich ein Drei von Fünf, weil ich da irgendwie zusammenzählen muss, Anfang und Mitte gehen so eher 2,5, mittelmäßig, generisch. Und dann kommt eben dieser Punkt, an dem das Schichtende ist und der neue Tag beginnt und dann hast du eben doch Szenen, die einen einfach packen und fesseln und da wird nochmal ein Gang hochgeschalten, obwohl man eigentlich denkt, dass es von der Geschwindigkeit her nicht mehr geht. Und da bin ich dann auch bei den Charakteren mehr dabei gewesen, auch wenn die Kamera da ein bisschen, also sich nicht geändert hat, die war immer nah an den Leuten dran, aber im letzten Akt, fand ich, ist man doch noch eher bei den Personen gewesen, vor allem bei den Jugendlichen. Am Ende dann 4,5, ja, ich gebe jetzt einfach drei, drei von fünf, das ist meine Wertung. Ich bin da ganz bei dir, ich gebe auch drei von fünf, weil als Gesamtpaket hält sich das so in der Waage. Es ist eine großartige Milieustudie, aber die Milieustudie nimmt halt so viel Raum ein, dass es als Film unrund wirkt und nicht ganz sauber geschliffen. Also ich denke, es ist möglich, eine authentische Milieustudie auch in einen Handlungsrahmen zu setzen, der einfach als Film ein besseres Tempo hat und besser strukturiert ist. Das wäre irgendwo machbar gewesen und es gibt eben auch Filme, die das perfekt hinkriegen. City of God selbst finde ich vom Pacing her großartig. Der nimmt sich all die Zeit, die er braucht, aber trotzdem ist das einfach ein wilder Ritt von Anfang bis Ende, ohne dass es irgendwie ermüdend wirkt. Und was noch seine Oscar-Chancen betrifft, ja, ich finde es okay, dass er eingereicht wurde. Ich finde, er hat es auch verdient, nominiert zu sein. Er wird natürlich nicht gewinnen in Anbetracht der Konkurrenz des übermächtigen Parasite, aber ich finde, das ist auch gerechtfertigt so. Ja, nee, ich meine, das ist die einzige Frage, die ich mir dann während dem Gucken immer gestellt habe, ist, hätte ich jetzt als Frankreich, hätte ich da jetzt den Film in die Auswahl geschickt? Oder doch lieber Portrait einer Frau in Flammen und, also Portrait einer jungen Frau in Flammen war halt für mich einfach eins der Highlights letztes Jahr insgesamt. Und von dem her war das für mich jetzt ein bisschen die falsche Entscheidung. Gut, ich muss zugeben, das ist so ziemlich der einzige französische Film von 2019, den ich gesehen habe. Also kann ich mir da überhaupt kein Urteil erlauben. Aber wir werden ja sehen. Gewinn wird sowieso Parasite, von daher. Kannst du mir auch einfach vertrauen. Ja. Okay, nee, egal. Aber wenn du Portrait einer jungen Frau in Flammen noch nicht gesehen hast, der wird dir sicherlich auch gefallen. Dann darfst du dir auf die Watchlist setzen. Bei Gelegenheit werde ich ihn nachholen. Okay. Dann sind wir nicht mehr wütend. Nee. Die Straßen sind wieder sauber, genau. Alle Molotow-Cocktails sind abgebrannt. Und wir sind wieder cool. Gut, wunderbar. Christopher, ich nenne dich jetzt auch beim wahren Namen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Und euch allen danke fürs Zuhören. Ciao. Bis denn, ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Tele-Stammtisch. Ich bin heute nicht alleine. Wir wollen uns heute mal zu zweit den neuen One-Piece-Film anschauen. Und bei mir ist dieser nette Herr. Der ominöse Mike. Auch schon öfter dabei, aber trotzdem nochmal. Hallihallo. Ja, hallo Mike. Ich bin der Torben und wir haben uns am Wochenende den neuen One-Piece-Film reingeschaut. Film Nummer 13, Stampede. Und zur Story ist relativ schnell alles gesagt. Ruffy und Strohutbande im Schlepptau sind zusammen mit unzähligen anderen Piraten eingeladen zur sogenannten Piraten-Expo. Und das ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, ja, wer ist der beste Hahn im Korb? Als Preis gibt es nichts Geringeres als den Schatz des legendären Gold Rogers oder vielmehr einen entscheidenden Hinweis darauf, wo dieser Schatz nun liegt. Das ist der Rundrahmen dieser Story. Und ja, Mike, erzähl uns nochmal was dazu. Ja, also wie gesagt, wir haben hier den 13. Film zum 20-jährigen Jubiläum von One-Piece. Und zur Piraten-Expo, da kommen natürlich alle möglichen Piraten zusammen, die wir kennen. Also, das ist ein einzig großer Fanservice. Man hat so viele verschiedene Charaktere aus verschiedenen Story-Arcs, die wir da zu Gesicht bekommen. Mit alten Lieblingen wie, wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Mihawk Falkenauge hatte auch noch seinen kleinen Auftritt. Aber zum Großteil dreht es sich eigentlich um die Stroh-Piratenbande und dann die schlimmste Generation sozusagen. Und zwischendrin werden noch ein paar Charaktere immer mal wieder eingestreut, wie Captain Smoker und, ach, ich weiß nicht, es sind so viele. Also wirklich, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Absolut, das ging mir genauso. Es war ein Freudenfest für die Augen, also kurze Rundhandlung. Bei diesem Piratenwettbewerb ist es wie im Fight Club. Es gibt nur eine Regel, wir verlieren kein Wort über die Piraten-Expo. Weil die Marine darf natürlich von nichts mitkriegen. Aber, wir haben es eben schon angesprochen, Vizemiradmiral Smoker hat sich undercover da eingeschleust. Und so erfährt die Marine dann doch noch darüber. Und dass das Ganze eigentlich ein abgekatertes Spiel ist, ist dann so eine kleine, feine, das ist auch kein großer Spoiler. Das ist relativ schnell am Anfang, wo das schon gesagt, dass man alle Piraten auf einem Fleck haben möchte, um dann möglichst viele einzukaschieren. Ja, das Ganze nimmt dann aber noch so ab 30 Minuten eine schöne Wendung, die ich jetzt hier noch nicht spoilern möchte. Aber glaubt mir, Jungs und Mädels da draußen, das ist ein Action-Feuerwerk. Das ist ein reines Geballer und Geprügel. Und jeder, jeder schon ein Jump-Fan wird auf seine Kosten kommen. Der auch mit den vorigen Filmen und generell mit der Serie was anfangen konnte, der wird hier nicht enttäuscht werden. Ja, wie gesagt, jeder Fan kriegt hier was geliefert, vor allem, weil auch die einzelnen Charaktere, also jetzt um die Strohhutbande auch hinweg, ihre einzelnen Stereotypen immer ausleben können für einen kurzen Moment. Und dann so, ach ja, jetzt ist wieder dieser Moment, das kenne ich noch von damals. Und ja, man hat den aufopferungsvollen Lysop zum Beispiel, den coolen Zorro, dann Sanji, der wieder in seinen Beschützerinstinkt auspackt. Also man hat wirklich alles wieder geboten und das auch über die Hauptcharaktere hinweg, was das Ganze wie so ein kleines Nachhausekommen macht. Vor allem, ich hab jetzt zum Beispiel, ich hab vor zwei Jahren oder so, hab ich meine letzte One-Piece-Folge gesehen. Das war, da sind sie von der Fisch-Menscheninsel unter Wasser da zurückgekehrt. Und da war es dann vorbei. Und jetzt halt mal wieder mit so einem Film einzusteigen, in dem so viele Charaktere, die ich halt auch noch kenne, beziehungsweise die jetzt gerade zu dem Zeitpunkt aktuell sind, war halt eigentlich perfekt. Also ich bin wieder richtig gehuckt. Ich hab richtig Bock. Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar schon ein bisschen länger nicht mehr dabei, muss ich sagen, leider. Ich hab die Filme zwar fast alle gesehen, zumal einige Filme ja auch Zusammenfassungen von den jeweiligen Arks manchmal sind. Aber bei den Folgen hab ich schon eine Weile nicht mehr wirklich dahinter gesessen, um mich jetzt auf den neuesten Stand zu bringen. Aber ich lese relativ viel und hab auch genug Freunde und Otakus, die mich da auf dem Laufenden halten. Und daher kam ich auch an sich ganz gut mit. Und die meisten Piraten kannte ich ja schon alle. Und daher wird einem wirklich alles geboten. Also über diverse Marine-Kommandanten hinweg, über Falkenauge, den wir kurz angesprochen hatten. Boa Hancock ist drin, Buggy der Clown, Sir Crocodile und Miss Bloody Sunday. Also sie sind alle am Start. Der eine mit ein bisschen mehr, der andere mit ein bisschen weniger Scream-Time. Weil das sind großteils alles so wunderbar krasse Charaktere, die alle was auf dem Kasten haben. Da hätt ich mir am liebsten gern jedem mal so eine halbe Stunde zugesehen. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Aber ich hätte dem ganzen No-Locker drei, vier Stunden zugucken können, glaube ich. Ja. Auch wenn ich da wahrscheinlich einen epileptischen gehabt hätte auf des ganzen Augenfeuerwerks. Weil es ist wirklich alles. Wenn man gerade bei den Kampfszenen herausschäumende Wassermassen, herumfliegende Trümmerteile oder zerberstende Häuser oder Schiffe oder Gestein, was sich zu riesigen Mauern auftut. Es ist wirklich herrlich animiert. Also das ist ein ganz hohes Niveau. Und auch wenn er in seinen, ich sag mal, Creature-Momenten, in seinen Creature-Feature-Momenten, hat er echt was von einem Godzilla-Film, von der Epignis her. Also einige Shots sind da wirklich, boah. Hatte ich das, also ich muss sagen, ich bin ja Fan von One Piece, weil man nicht dieses Dragon Ball Z-Feeling hatte, dass die Leute durch die Gegend fliegen und sich beamen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht das hier auch so ansatzweise ein bisschen los. Das hat mich ein bisschen ernüchtert, zu dem Zeitpunkt zumindest. Auf jeden Fall. Es wirkt schon hier und da ein bisschen Dragon Ball-lastiger, weil ein Charakter, der dann irgendwie... drei, äh, gefühlt drei Stunden lang in der Luft rumsteht, groß rumbabbelt und dann sich dann noch mit einem anderen kloppt. Ja, mein Gott. Aber das ist halt diese schöne überdrehte Form eben. Ja. Eine überspitzte Form zu zeigen, dass die beiden sich jetzt einfach mal hart einer auf den Stein bübeln hier. Ja. Vielleicht noch von vornherein, wie es zu dieser Piraten-Expo überhaupt kam. Und zwar haben wir dann ein paar neue Charaktere, sag ich mal. Es ist unter anderem Buena Festa, der dafür bekannt ist, dass er die größten Feste oder die bekanntesten Feste der Welt ausrichtet. Und der ist ein bisschen eingeschnappt, als Gold D. Roger sozusagen das riesige Piratenfest veranstaltet, ne? Und die Jagd nach dem One Piece eröffnet und will deswegen ja eigentlich noch größeres Fest veranstalten und kommt deswegen mit dieser Piraten-Expo um die Ecke. Und jetzt ist ja kein Spoiler, weil wir sehen es ja direkt zu Beginn. Er tut sich mit Douglas Bullitt zusammen. Einem... Wer war das, die rechte Hand von Gold Roger? Genau, er gehörte zur ehemaligen Crew und wollte ihn immer mal treffen. Aber Gold Roger hat ihm Respekt entgegengebracht. Um ihn in den Stadt zu bekämpfen, hat er ihn lieber in die Besatzung mit aufgenommen. Und das hat ihm Douglas Bullitt seine Zeit seines Lebens, oder besser gesagt, Zeit des Lebens von Gold D. Roger, hat er es ihm sehr auch angerechnet. Ja, und genau. Und die beiden kommen eben zusammen und veranstalten die Piraten-Expo natürlich mit einem Hintergedanken. Denn Douglas Bullitt will beweisen, dass er der stärkste Mensch oder Pirat der Welt ist. Ja, und er nimmt da... Er hat sich ein großes Ding aufgebürdet, aber er nimmt es da wirklich mit allen auf. Er kennt nichts. Er hat eine ganz spezielle Form des Kampfes, durch die ich auch teilweise nicht gestiegen bin. Aber Leute, macht euch euer eigenes Bild. Und das ist einfach der absolute Burner, was der Typ drauf hat. Das lässt sich nicht anders sagen. Und vor allem auch die Motivation sozusagen. Dahinter er immer der Einzelkämpfer-Pirat. Und dann hast du auf der anderen Seite Ruffy, der quasi nur noch stärker wird, dadurch, dass er mit seinen Freunden so zusammenhält. Was irgendwie auch ganz geil war. Absolut. Also das ist gut, dass das anspricht. Ich hätte es jetzt sonst verrasselt, aber das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, was One Piece auch immer für mich war. Kameradschaft, Freundschaft, Zusammenhalt, auch im nahe Angesicht des beinahe vorbestehenden Todes oder was. Dass dann immer noch dieses Quäntchen wohlgestatteten Pathos dabei ist. Obwohl ich jetzt nicht der riesen Pathos-Fan bin bei gewissen Filmen. Aber hier ist es gestattet und auch zutiefst erwünscht, dass dann ein Lissop hergeht und seine zwei, drei schönen Momente mit Ruffy hat. Dass dann einer blutend am Boden liegt und er ist wirklich gefühlt tot. Aber trotzdem fighten wir nochmal alle zusammen und bekämpfen das Böse bis zum letzten Atemzug. Das sind diese schönen Momente, die dich nochmal so im Herzen mitnehmen. Und das hat der Film hier auch wieder. Wie gesagt, für einen neuen Einstieg in die Serie war das perfekt. Man ist direkt wieder so dabei. Weil so viele Charaktere dabei sind, die man einfach wieder kennt. Und von der Story her, ey, es ist jetzt nichts Besonderes oder so. Wird zwar eingebettet in den Bezug zu Gold Roger. Was wiederum auch sehr schön ist, weil wir ja durch Jahre lang immer auf das One Piece hinarbeiten sozusagen. Und hier haben wir dann einen finalen Hinweis, kann man sagen. Was dann natürlich auch nochmal ein bisschen die Spannung hebt. Aber wirklich ein toller Film, der jetzt nicht unbedingt so ein Filler-Gefühl hinterlässt auch. Nee, absolut nicht. Also der nimmt dich sofort an die Hand und lässt dich eigentlich überhaupt nicht alleine. Es gibt keine Längen, überhaupt nicht. Wie gesagt, er hätte ruhig noch ein bisschen was erzählen können. Aber er nimmt dich sofort mit auf die Reise. Und es geht eigentlich schon direkt los mit der Piraten-Expo. So eine Art Tortuga, sag ich mal, für One Piece-Fans. Also das übelste Gesocks und das größte Geschmeiß. Oder in den weisen Worten von Obi-Wan Kenobi gesagt, nirgendwo wirst du mehr Abschauen und Verkommen weit finden als hier. Und ja, wirst dann direkt reingeschmissen in dieses Setting. Wirst dann noch kurz mit den bekanntesten Piraten vertraut gemacht. Und bist dann auch eigentlich sofort drin bei den meisten Leuten. Wenn du die meisten noch nicht kennst, dann ist okay. Es wird dir eh vorgestellt, wer wäre es so ein bisschen. Jeder hat auch so einen kleinen Moment, um seine Fähigkeiten zu zeigen. Ja. Gerade was ich immer cool fand, diese neue Generation, die schlimmste Generation, so ein Trippel Galant und so weiter. Ähm, die dann auch noch in den Kampfsequenzen auch mal nochmal ihre Fähigkeiten zeigen können, dass das auch nochmal wieder aufkommt. Also, ach ja. Schön. Das ist schön, das stimmt. Das ist wirklich schön mit anzusehen. Auch der kleine und feine Camille-Auftritt zum Schluss. Aber da guckt's doch ja an. Ich will auch nicht zu viel verraten. Auch wenn wir hier eine Filmesprechung machen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich diesen Podcast hier anhören, um sich ein bisschen Appetit zu holen. Und nicht, um die Story komplett erklärt zu kriegen, hoffe ich mal. Ja, und mein Gott, was soll man sagen? Der Film ist halt wirklich für One-Piece-Fans, die... Es klingt so blöd, aber es ist wirklich so Fanservice-Deluxe. Aber dafür so richtig schön. Also, mit viel Herz gemacht. Das auf jeden Fall. Das können sie immer. Das muss ich aber auch sagen. Legen sie wirklich in jedem Film aufs Neue. Legen sie es da und stellen so einen Beweis, dass sie es einfach können. Also, es ist großartig. Es ist One-Piece einer der wenigen Franchises, die es geschafft haben, wirklich dann immer auch mit konstant abzuliefern. Gerade bei solchen großen Sachen. Da gibt's klar auch noch andere Sachen. Klar hat hier und da auch mal so mancher arg seine Schwächen. Aber alles in allem bleibt es vollkommen zu Recht eine der besten Anime-Serien überhaupt momentan eigentlich. Besten und erfolgreichsten auf jeden Fall. Ja, und hoffentlich wird der gute Herr Oda sich nicht kaputt arbeiten. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Dieses Durchhalten ist ja auch so eine Sache, jede Woche ein neues Chapter raushauen oder einen neuen Arc dann irgendwie in einer gewissen Form abzuschließen. Ich glaube, ich hätte schon längst einen Burnout gehabt. Aber hey, die machen das schon. Ja, zum Drumherum ist halt auch nicht viel zu erzählen. Über den Film haben wir jetzt schon eine Weile gesprochen. Drumherum kann man eigentlich nichts Groß Neues erzählen. Enchiro Oda, der Kopf und Autor hinter dieser ganzen epischen Geschichte. Produktionsland natürlich. Japan selbstverständlich. Und der Film startet am Dienstag in einer limitierten Vorstellung der neuen One-Piece-Film. Stampede. Geht rein. Es wird euer Schaden nicht sein. Und wenn euch dieser Film nicht mit einem breiten Grinsen aus dem Kino-Saal spazieren lässt, dann glaube ich, dann glaube ich, seid ihr einfach keine Anime-Fans oder ihr habt einfach einen anderen Geschmack. Ja. Ja, also, ich sag mal, wer bis jetzt noch hier zugehört hat, der ist sowieso One-Piece-Fan par excellence und wird sich das auch ansehen. Also zumindest egal ob im Kino oder dann zu Hause im Heimkino. Aber der wird den, sollte den auf jeden Fall mitnehmen. Definitiv. Da führt kein Weg drumherum. Es ist auf jeden Fall ein Highlight jedes Jahr aufs Neue, das sie abliefern. Und ja, bitte macht weiter so, liebes One-Piece-Team drumherum. Kurze Bewertung, kurzes Fazit. So in paar kleinen Sätzen abgehandelt. Deine Meinung zum Film? Ich würde sagen, ist wirklich ein sehr runder Film, der, wie gesagt, sehr viele Charaktere wieder hervorbringt, ihnen allen so zumindest eine kleine Szene gibt, ihre Kraft zu demonstrieren, dass sie doch der größte Badass auf dem Planeten sind. Und hat, wie gesagt, schon so ein kleines Gefühl von, ja, it's coming home. Wirklich so, hey, ich bin wieder mit meiner alten Crew zusammen. Alles coole Leute, die kenne ich noch von da, von dem, von dem, von dem, von dem. Und am Ende fügt sich das alles noch wunderbar zusammen in einem finalen großen Fight, der auch wirklich lange geht. Und der inszenatorisch auch sehr, vielleicht ein bisschen anders ist mal, aber für einen Kinofilm genau richtig funktioniert auch. Und ja, auf jeden Fall, Leute, wer One-Piece-Fan ist, ansehen. Definitiv, dem schließe ich mich an. Kurzes Fazit, bei mir, One-Piece schließt nahtlos im filmischen Kapitel an und schlägt ein weiteres auf, auf der Suche nach dem sagenumwogenden, gleichnamigen One-Piece. Ein großartig animiertes Action-Feuerwerk, das dich in dieses wunderbare Abenteuer förmlich hineinprügelt und mit einem Hammer nach dem nächsten kommt. Und dieser Film hat mir gestern sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ich gebe ihm volle fünf von fünf Sterne. Ui, wow, okay, wow, ja. Ja. Wettel-Pinkzer, gibst du ihm? Ja, als One-Piece würde ich, als One-Piece-Fan auch fünf von fünf und sonst würde ich, glaube ich, so bei dreieinhalb bis vier landen, so als außerhalb des Universums gesehen. Ach so. Ja, also ich als Fanboy gesprochen, auf jeden Fall fünf von fünf. Als wenn ich jetzt keine Berührung mit dieser Materie gehabt hätte, na gut, da muss man auch immer gucken, was für Ansprüche hat man. Hat man jetzt gar kein Anime gesehen oder mag man's eher ein bisschen bodenständig oder kennt man dieses übertriebene Geballer schon? Aber meistens verbindet man ja Anime auch mit den großen Sachen wie eben Dragon Ball oder One-Piece oder von mir aus Naruto oder auch Bleach. Deswegen, wenn man gar nichts mit Anime zu tun hat, wird man damit leider nicht viel anfangen können, aber ich glaube, diesen Film sehen sich nur Anime-Fans an oder zumindest 90 Prozent davon. Aber als von Animation her, vom Feuerwerk her, von den Charakteren, von dem Charme und auch der Liebe, der da hinsteckt, außerhalb des Anime-Fantums würde ich dem auch eine locker eine solide Vier geben. Definitiv. Als normaler Filmboy Vier von Fünf als Fanboy Fünf von Fünf. Sehr gut. Ja? Das war's auch schon. Alles klar. Dann verabschiede ich mich. Ich war der Torben und das hier war der Mike und wir wünschen euch noch einen schönen Resttag. Geht ins Kino, kauft euch DVDs, schaut weiter Filme und macht euch einen schönen Tag. Ciao. Macht's gut. Ciao. Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Mein Name ist Steven und an meiner Seite habe ich heute den Till. Hallihallo. Und die Christine. Hallo Christine. Hallo. Sag doch mal ganz kurz, wo wir euch so hören können. Nirgends. Nur am Tele-Stammtisch. Hallo. Hallo Till. Also ich bin eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch und man findet mich auch auf Live4Books, wo ich überwiegend über Bücher schreibe. Ja und ich bin zusammen mit meinem Podcast-Partner dem Berg unterwegs als Steven Spoilberg. Wir reden über Filme und Serien, haben da mittlerweile ein paar Formate am Start und wenn ihr da interessiert seid, dann guckt einfach mal auf den gängigen Plattformen vorbei. Heute soll es um Violet Evergarden und das Band der Freundschaft gehen. Dieser Film basiert auf der gleichnamigen Netflix-Serie, die heißt dann entsprechend nur Violet Evergarden. Kinostart ist am 28.01. Es handelt sich um ein Anime, er ist ab Nulljahren freigegeben und geht 90 Minuten. Dann sag ich kurz was zum Inhalt, bevor ich noch auf einen weiteren Punkt eingehe. Und zwar geht es hier in dem Film eigentlich darum, dass die Violet quasi ihren Job als Akora ausübt und auf ein Mädcheninternat geschickt wird, wo sie eine junge Frau dazu verhelfen soll, zur Dame zu werden, damit sie später halt an einen reichen Mann verheiratet werden kann. Und diese Aufgabe ist nicht ganz so einfach, weil das Mädchen sich sehr zurückzieht. Reicht, oder? Ich glaube... Grundstory. Mehr würde ich jetzt auch gar nicht so sagen. Ich finde es auch schwierig. Mich hat der... Das ist ja kein Twist, aber das, was dann so noch kommt, ein bisschen überrascht. Wie fandet ihr den Film? Tja, wie fand ich den Film? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir eigentlich immer noch nicht so ganz sicher. Ich hatte vorher die erste Folge der Serie gesehen und ja, fand die jetzt erst mal so ganz okay. Das ist halt auch nicht so mein Genre. Das ist ja so dieses... oder wenn man es halt so in diese zwei typischen Anime-Genres Shonen oder Shouyu einordnen würde, dann ist das halt ganz klar eher dieses romantische Ding. Eher etwas zurückhaltender und gediegener und es entwickelt sich alles eher etwas langsamer. Und dementsprechend habe ich da jetzt nicht Vorbehalte gehabt, weil ich lasse mich ruhig auch auf neue Dinge ein, aber es ist halt nicht das, was ich sonst gucke. Und deshalb war ich einfach gespannt auf den Film, weil auch die Serie ja relativ gute Kritiken bekommen hat. Und ich muss sagen, ihr habt es ja eben schon angedeutet, ich hatte vorher mir die Beschreibung des Films durchgelesen und war dann doch etwas verwundert, dass eigentlich die Beschreibung nur den ersten Teil des Films eigentlich abbildet und dann fast ein zweiter Film oder ein komplett separierter Teil irgendwie anfängt, der natürlich mit dem ersten schon zu tun hat, aber der dann irgendwie in eine etwas andere Richtung geht. Da war ich auch etwas verwundert und letzten Endes war er recht langatmig und hat mich jetzt nicht vollkommen überzeugt. Aber wir können ja mal auf die einzelnen Dinge etwas eingehen. Ja, ich fand es auch schwierig. Ich kannte das tatsächlich gar nicht. Also ich habe in meinen Netflix-Vorschlägen relativ viel Anime, weil ich relativ gerne Anime gucke, sei es Serien oder auch Filme, aber die wird mir einfach so gar nicht vorgeschlagen. Wahrscheinlich, weil es, wie du schon sagst, thematisch auch nicht zu dem passt, was ich sonst so gucke, wenn irgendwie Attack on Titan oder im Moment ist ja ganz viel Naruto auch da und so. Jetzt werden auch bald die ganzen Ghibli-Filme hochgeladen bei Netflix, aber vom Zeichenstil allein ist mir schon, man sieht es, wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man es ja schon so am Zeichenstil und auch am Trailer dann, welche Zielgruppe das so ist und ich wusste erst am Anfang gar nicht damit anzufangen, weil ich wirklich die Serie gar nicht kannte und ich war relativ lange sehr gelangweilt tatsächlich, weil es, ja, es war sehr langsam am Anfang tatsächlich und dann entwickelt sich jetzt aus dieser Geschichte, man erfährt noch so ein bisschen Vergangenheit von der guten Frau, die da trainiert werden soll zur Dame, wie heißt sie noch gleich? Amy, Amy, also ehemalige Amy. Ja, genau, genau und dann geht es aber noch so ein bisschen um eine Postboten-Story, um alles einfach, ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen, das ist dann ein bisschen interessanter, es wird auch ein bisschen emotionaler, ein bisschen lustiger, aber so ganz hat mich das nicht gepackt, um es abzukürzen. Also ich habe mit Klaus einen besseren Postboten-Film gesehen, vor ein paar Wochen, er hat mich nicht ganz abgeholt, ist auch nicht mein Genre, das muss ich auch ganz klar sagen, also im Anime-Genre nicht mein Genre. Du sprichst es ja gerade an, dass es ja dann später auch um eine Postfirma geht und gerade in dem Teil des Films hatte ich ein bisschen das Gefühl, sie wollen uns mit allen Mitteln irgendwie reindrücken, dass der Postboten-Beruf irgendwie das geilste von der Welt ist, weil irgendwie an jeder Stelle immer gesagt wird, es ist so toll und ich wollte schon immer Postbote werden und ich dachte irgendwie so, hä, wie? An dem Punkt merkt man, dass ihr die Serie nicht kennt. Wisst ihr, das muss ich jetzt vorab fragen, wisst ihr, was eine Accora ist? Was die Violet für einen Beruf macht, wie man das nennt? Also Accora ist der eine Name. Autonomic Correspondence irgendwas. Nein, du solltest mir nicht übersetzen. Naja, wenn du so möchtest, modern ausgedrückt ist sie im Grunde genommen eine Ghostwriterin. Also sie schreibt Briefe für andere Menschen, das ist der Job, den sie macht. Und das ist diese Post auch, das ist der Job der Violet. Und dieser Job wird in der Serie explizit auch erklärt, wie sie da hingekommen ist, wie viel Herzblut sie reinsteckt, warum sie das macht und warum sie das so wichtig ist. Weil in der Serie wird auch das, was in dem Film angedeutet wird, mit dem Hintergrund von der kennen, dann versteht man vielleicht auch die Langsamkeit des Films, weil der hat ungefähr das Tempo von der Serie. Okay. Muss man sagen. Also alles, was mit diesem Mädchen zu tun hat, das ist komplett neu. Aber alles, was die Violet angeht, das ist die Figuren, die Charaktere, die da vorkommen, die kommen alle in der Serie vor. Das ist komplett die Geschichte der Violet. Okay. Ja, genau. Deswegen ist es ganz gut, wenn sich jemand mit der Serie auskennt. Ja, ja, das ist halt dieser Postbutenberuf, der da aufkommt. Das ist jetzt nicht, man will da uns nicht reindrücken, sondern es ist einfach, es entwickelt sich, es ist ja auch die Angst darin beschrieben, dass alles moderner wird. Eventuell braucht man das ja irgendwann nicht mehr. Das stimmt, ja. Muss aber auch sagen, dass mich der, auch wenn ich die Serie kenne, fand ich den Film nicht perfekt. Also er hatte für mich auch so in der Mitte, als dieser Cut kam, weil du hattest ja schon gesagt gehabt, dass er quasi zwei Filme sind. Dieser Cut, den fand ich etwas komisch. Den hab ich nicht verstanden. Warum macht man nicht eine durchgängige Geschichte, sondern macht so einen Cut da rein? Das habe ich nicht verstanden. Das war ein bisschen schwierig umgesetzt. Vielleicht ein bisschen zu einfach umgesetzt. Wirkt vielleicht so. Jetzt ist es halt schwierig, aber ich fand tatsächlich das, ohne zu spoilern mit dem rothaarigen Mädchen und dann die Rückblicke, wo man die Verbindungen merkt zu einem der Charaktere, die fand ich schon gar nicht so schlecht, auch emotional irgendwie, weil das ganz gut rübergebracht worden. Aber es hat halt vielleicht gibt es anders gefragt, die da auf die Hochzeit oder was auch immer vorbereitet wird, die gibt es die auch in der Serie? Die ganze Geschichte um Amy ist neu. Das einzigste ist halt, ich sag mal, ihre Vergangenheit ist indirekt verbunden mit der Violet. Ja, okay, alles klar. Ich kann jetzt nicht viel zu sagen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, genau. Violet hat ja auch eine Vergangenheit und das ist so die Verbundenheit zwischen denen, die da so herrscht. Deshalb kann sie die junge Frau halt so verstehen. Ja, okay, alles klar. Dann macht das vielleicht alles ein bisschen mehr Sinn. Dann sollte man wahrscheinlich auch einfach, das ist eher für die Serienkenner, weil es jetzt mich tatsächlich so überhaupt nicht abgeholt hat vom ganzen Drumherum. Ja, es ist ja quasi eine Weitererzählung der Serie, wenn man es so nimmt. Okay. Es kommt ja noch ein Film, vielleicht ist der dann anders, es kommt ja noch anders. Ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Also es gibt auf jeden Fall zwei Dinge, die mir irgendwie ja recht negativ aufgefallen sind. Das ist ja zum einen, ihr habt schon gesagt, der Film an sich erzählt das ja relativ langsam und gediegen, dann gibt es trotzdem diesen Cut in der Mitte und dennoch finde ich, dass zu Beginn die Amy super abweisend ist und zack, sind sie beste Freunde. Ja, das so und ich dachte mir dann halt, auch als der Cut dann in der Mitte kommt, ja, warum hat man sich denn am Anfang nicht mehr Zeit genommen, um das zu entwickeln irgendwie? Ich meine, das wäre jetzt für uns, obwohl wir es sowieso schon langsam fanden, dann vielleicht noch unerträglicher gewesen, aber für die Fans und die darauf stehen, wäre das für mich halt durchaus nachvollziehbarer gewesen, also für mich ging das alles irgendwie dann doch recht schnell rein inhaltlich gesehen und dann kommt auf einmal halt dieser Cut und dann wird es auch für mich, ja, das ist emotional und es nimmt einen schon mit, aber manchmal ist es auch, also wenn man Pathos und Kitsch im Lexikon nachschlägt, dann steht da siehe Violet Evergarden, schon wirklich arg grenzwertig teilweise gewesen. Das stimmt, ja und es ist halt so schwierig, ich finde halt an sich sieht der Film ja so ganz schick aus, andererseits ist es halt vielleicht gerade, weil ich jetzt in letzter Zeit sowas wie Klaus gesehen habe, hab die Captain den geguckt, ist ja kein Anime, aber dennoch ist es ja irgendwie auch Animationsgenre und ich hab halt auch Weathering With You geguckt und das ist halt direkt vorher, irgendwie eine Woche vorher oder zwei. Das darf man nicht vergleichen. Genau, genau. Nee, nee, das darf man auf gar keinen Fall vergleichen. Genau und dadurch, dass ich eh schon vom Anime-Genre, das man da zu sehen bekommt, nicht so der größte Fan bin, dennoch interessiert war, ist das halt echt ein krasser Bruch zwischen den beiden Stilen, ganz klar. Ja und vom Trailer her habe ich tatsächlich so ein bisschen was anderes erwartet. Also ich würde definitiv sagen, das ist ein Film für die Serienliebhaber. Ja. Als einzelnen Film würde ich es sowieso nicht sehen, weil es ist ja in dem Sinne kein einzelner Film, man sollte Vorwissen haben. Von daher würde ich es definitiv für die Serienliebhaber dafür sehen. Das stimmt. Hat einer von euch noch andere Serien und Filmempfehlungen, die dem ähnlich sind? Falls die, die sich das anhören, interessiert sind oder Evergreen auch, Evergarden, Evergreen, Evergarden kennen. Gibt es da irgendwelche Serien, die einer von euch kennt, die da vergleichbar sind? Da ich normal kein Slice of Life gucke, nein. Ich kann da leider auch nichts Sinnvolles beifügen. Es tut mir leid. Ich habe einen Manga, den ich sagen kann, ja, aber kein Film. Geht doch auch. Und zwar After the Rain. Die Serie fällt mir gerade ein. Das ist so das Einzige, was ich noch gelesen habe. Das passt da in die Ecke rein. Weil ich denke, die, es wird sich das jetzt über den Film niemand anhören, der so gar nicht im Genre steckt. Deswegen kann man hinten raus, wenn wir dem Ende zugehen, noch so ein paar Empfehlungen raushauen. Aber ich habe da leider keinen. Deswegen habe ich gefragt. Also ich würde nochmal von euch wissen wollen, wie habt ihr denn das, die Darstellung des, des Frauenbildes wahrgenommen? Denn das ist ja auch eine Thematik, die dort vorkommt. Ja, das ist, ich finde generell, was, was mich jetzt zu einer anderen Sache direkt führt, optisch muss man sagen, das sind ja alles fiktive Städte. Ja. Ich fühlte mich teilweise an den Rhein erinnert. Dann waren wir irgendwie wieder in Frankreich gewesen. Dann waren wir irgendwie wieder in England gewesen. Dann hast du sie, die moderne Entwicklung gehabt. Es war für mich zeitlich ein bisschen schwer einzuordnen. Teilweise. Ich muss aber sagen, es entspricht ungefähr der Zeit, die es darstellen soll, das Frauenbild. Teilweise sogar etwas moderner. Also auf der einen Seite hast du die Frauen, die selbstständig einen Job haben, was nicht selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite hast du die Frau, die gezwungen wird, mehr oder weniger einen reichen Mann zu heiraten. Das sind so zwei Kontrahenten, die ich da, ich weiß es nicht. Es passt nicht so ganz in irgendeine Zeit rein. Ja, das stimmt. Das ist so der einzige Widerspruch, der ist mir auch so ein bisschen, in der Serie ist es nicht ganz so extrem hier, aber im Film ist es mir extrem aufgefallen. Weil du hast normalerweise, Gänsefüßchen, die Frau in dieser demütigen Rolle, in dieser Epoche, wo die Frau jetzt, ich muss verheiratet sein, du darfst nicht arbeiten, du stehst in der Küche und erst später kam ja die Entwicklung, dass die Frauen dann auch mal einen Job annehmen durften und hier ist alles gemischt. Ja, das stimmt. Ich kann das irgendwie nicht so richtig, ich finde es gut, dass beide Seiten gezeigt werden, aber irgendwie kann ich das nicht so ganz einordnen. Ja, und es ist ein bisschen genderoffen, weil der männliche Postbote trägt auch stattliche High Heels. Das stimmt. Ich dachte erst, ich hätte mich verguckt und mein Gott, es ist Japan und es ist Anime und da hinterfrage ich sowas nicht, gerade wenn man öfter mal Anime guckt, dann, ja, okay, cool, coole Schuhe. Und das Hemd nicht vergessen. Hinten offen, das hinten offen ist, ja. Das ist der Hammer. Sehr modern. Genau, es ist vermischt irgendwie alles und deswegen ist, wenn man das negative, wenn man das zeitlich, da es zeitlich schwer einzuordnen ist, ist das vom Frauenbild natürlich auch so ein bisschen schwierig. Andersrum ist es dann aber auch irgendwie, da er diese Schuhe trägt und so komisch gekleidet ist, auch wieder okay, dass alles so durchwachsen und durchmischt ist, dass man hat da irgendwie so gar keine Konstante, ja, das ist schwierig. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie im zweiten Teil des Films, da gibt es eine Szene, wo sie im Postamt mal so ein bisschen sich austauschen, die Frauen, die dort arbeiten und da noch ein bisschen mal zum Tragen kommt, ja, sie will ja dann mal das machen und hier und dass sie dann da anscheinend doch mehr ihre Freiheiten haben, das fand ich ganz gut. Und aus dem ersten Teil des Films, es geht ja nun darum, dass sie vorbereitet wird, um später dann für einen adeligen Herrn bereit zu stehen und das wird irgendwie so gar nicht aufgegriffen später und irgendwie nochmal thematisiert, hätte ich mir gerne auch noch irgendein kleines Statement zu gewünscht und generell fand ich dann auch das Ende, ohne dass wir jetzt spoilern wollen, auch komisch. Ja, es ist alles, irgendwie ist alles komisch, ich finde das ganz schwer auch, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, wie man jetzt über den Film spricht, irgendwie ist alles komisch. Das ist wirklich schwer, da eine vernünftige Kritik zu ziehen für mich. Na dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Wir fangen mal bei der Dame an. Christine, wie lautet deine Bewertung und wem würdest du den Anime empfehlen? Auf Grundlage, dass ich die Serie kenne, habe ich den Film etwas besser gesehen, weil ich ihn im Zusammenhang mit der Serie sehe und würde ihn daher auch wirklich nur Serienliebhabern empfehlen und auf keinen Fall alleine gucken. Ja, Punkte zu vergeben fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ja, hm. Hm. Naja, du, wenn es nicht geht, dann lässt du das offen. Ja, ich glaube besser. Till, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich gebe zweieinhalb von fünf. Ähm, es ist per se kein schlechter Film, ähm, er ist aber, ähm, absolut nicht, absolut nicht meins, hat seine Längen, ich habe, wie gesagt, durch das Fehlen des Serienwissens, ähm, hinke ich dir auch ganz klar hinterher, ich will da auch nicht, keine unfaire, ähm, Beurteilung dann irgendwie abliefern. Ja, ich würde da zweieinhalb geben, ähm, Genrefreunde und Serienliebhaber von Evergarden, Violet Evergarden, werden da denke ich schon irgendwie mehr Freude dran haben. Er sieht auch wirklich ganz schick aus, muss man sagen. Ja. Ja, also ich finde auch, er ist, er ist ziemlich solide animiert, hat seine Längen und ist in seiner Story-Entwicklung schon etwas, äh, etwas konstruiert, wir haben es ja vorhin angesprochen, diese, diese Splittung in zwei Teile, das Ende hat mich auch nicht so ganz, äh, befriedigt und ich fand ihn arg kitschig, das klingt jetzt alles sehr hart, aber ich finde, insgesamt gerade für diejenigen, die auf den, auf, auf dieses Genre stehen und wahrscheinlich noch die Serie geguckt haben, die können auf meine Wertungen sicherlich noch was draufschlagen, ich sehe es noch ein kleines Stück besser als du und gebe, äh, drei von fünf Punkten. Das klingt doch vernünftig. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ja. ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart, dass wir hier den Film zusammen besprechen konnten und vielleicht konnten wir den einen oder anderen jetzt anregen, sich den Film oder wie wir ja gehört haben von Christine vorher erstmal die Serie anzuschauen. Applaus 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 Vielen Dank.